So Leute, was geht? Bladus war wieder am Start mit einem neuen Info-Ankündigungsvideo oder so. Ja, der gute Bladus war jetzt eine gute Zeit weg. Das macht gerade keinen Sinn. Und ich melde mich mal wieder zu Wort. Ich war jetzt in den Ferien, mehr oder weniger. Und die restliche Zeit hatte ich irgendwie anders totgeschlagen. Wie war das noch? Stimmt, mit Faulenzen. Genau, das war es. Da war ja was. Und ja, ich bin jetzt wieder da. Und ich werde wieder Videos aufnehmen. Hoffentlich regelmäßig und so. Auf jeden Fall ist für den Montag ein neues Let's Play Projekt geplant. Und es handelt sich dabei um ein Pokémon Projekt. Wäre das gedacht. Ja, ich habe seit langem kein Pokémon Let's Play mehr gemacht. Also es geht schon. Das letzte war ja die Monotype Challenge. Und das war einfach so Just for Fun. Also war so ein Just for Fun Projekt. Habe ich jetzt nicht so ernst genommen. Und diesmal machen wir dann wieder schon etwas ernster. Also jetzt wird es schon so richtig geil. Und ja, es wird ein etwas neueres Spiel sein. Also ja, es ist ein etwas neueres Spiel. Und ich werde es mit einer Challenge zocken. Ja, also ich werde es mit einer Challenge einbinden, damit es dann auch gellere wird. Ich habe noch nicht so vieles geplant. Also ich habe, also von den Regeln her habe ich noch nichts geplant. Also es sind logischerweise Regeln, die da eine Rolle spielen. Logischerweise. Und wisst da Bescheid. Ich denke, mehr muss ich hier nicht sagen. Denn der Rest erklärt sich von selbst. Und lasst euch einfach mal überraschen, was für ein Spiel es sein wird. Auf jeden Fall Pokémon. Also kann es schon mal nicht schlecht sein. Gibt es noch was zu sagen? Ja, Final Fantasy wird auch fortgesetzt. Das werde ich gleich demnächst wieder aufnehmen. Hoffentlich auch wieder regelmäßig. Denn es wird Zeit, denn dieses Let's Play wird noch lange dauern. Und es wäre schon geil, wenn man da vorankommen würde. Ansonsten habe ich noch ein weiteres Projekt geplant. Und das kommt demnächst auch. Keine Ahnung wann. Auf jeden Fall etwas später. So in der Woche oder keine Ahnung. Es wird auch ein etwas neueres Spiel sein. Denn falls ihr, keine Ahnung, falls ihr gerade, also falls ihr mich gerade auf Facebook verfolgt und meine Posts da immer seht, dann könnt ihr euch vielleicht denken, welches Spiel es sein wird. Also ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Und die, die es gerade wissen, sollen es nicht in den Kommentaren schreiben. Das wird ziemlich blöd. Oder macht es, keine Ahnung. Ist mir egal. Ansonsten Leute, das war es soweit von mir. Ja, erwartet dann ein Let's Play am Montag. Und Final Fantasy könnt ihr eventuell morgen schon erwarten. Keine Ahnung. Was haben wir morgen? Warte, ich muss kurz gucken. Ich habe kein Zeitgefühl. Samstag! Okay, cool Story. Ja, eventuell wird morgen ein Final Fantasy Part rauskommen, um euch einfach mal so eine Freude zu machen, für die, die das Let's Play verfolgen, für die, die es nicht tun. Ihr seid doof. Ähm, ansonsten Leute, das war es soweit von mir. Ich bedanke mich für's Zusehen, wenn es gefallen hat. Ähm, das macht gerade keinen Sinn. Ne, wenn es nicht gefallen hat. Macht, ne, macht gar nichts. Das ist ein Infovideo. Das macht hier keinen Sinn. Das macht gerade keinen Sinn. Untertitelung des ZDF, 2020